Logisches Denken, schnelles Reagieren und Probleme lösen. Ich sehr viele Leben habe und nicht mehr auf mein eigenes achte. Dass es nur noch um das Spiel an sich geht und das eigentliche Unterrichtsziel verloren geht. Simulationen, die die Realität nachbilden und wo ich die Erfahrungswelt der Schüler durch ein selbst kreiertes Spiel nachbilde. Als ich Kind war gab es noch keine Computerspiele, aber ich sehe das bei meinem Sohn, dessen Lieblingsspiel unter anderem Minecraft ist, aber auch Adventure-Spiele. Sohn. Sohn.